Die Menschen haben früher geglaubt, wenn jemand stirbt, bringt eine Krähe ihre Seelen in das Land der Toten. Aber manchmal passiert etwas ganz besonders Schlimmes, das so furchtbar traurig ist, dass die Seelen manchmal, aber sehr selten, dass die Krähe diese Seelen wieder zurückbringt, damit sie den Fehler korrigieren. Die Seelen wiederkommigen. Die sind die Stadt der Stimme, aber es wird die Veränderung des Auslandes. Well, 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 but with the cat dragged her. Don't worry, we'll stop him. You just spent half a billion dollars making him indestructible. You all got a choice, son. Now, mine got taken. That will never happen again. We can't just let you walk away.